Hey, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Among Us, aber mit der TikTok-Mod. Das wird ja extrem wild, du kannst tanzen, du kannst den Gritty machen, du kannst Fame werden, du kannst viral gehen und du kannst Leute über TikTok hacken. Lasst eine positive Bewertung da, abonniert den Kanal und viel Spaß. Ihr seht schon, alles sieht ein bisschen verrückter hier aus heute. Wir spielen eine Custom-TikTok-Mod. Also, alle am Tanzen. Es gibt hier einen TikTok-Raum, der ist natürlich TikTok-mäßig designt. Ihr seht das schon, hier kann man tanzen. Und wenn man tanzt, kriegt man Likes, 150 Stück pro Sekunde. Eine Flausche hat schon sehr, sehr viele beispielsweise. Und ihr könnt diese Likes dann eintauschen gegen Fähigkeiten, die ihr links unten habt. Es gibt natürlich einen Imposter. Da haben die Imposter mal ganz kurz sabotiert, da muss man sich natürlich jetzt erstmal drum kümmern. Wir sind hier auch gut mit dem Handy am Start, ey. So, ich geh mal hier unten hin, 1950. Junge, hey, Lina, wie viele Likes? 13.000, hab ich das richtig gelesen? Die ist ja gestört, viral gegangen, ey. Nee, doch, ich hab mich verlesen, die hat 11.000. Okay, wir müssen mal ein paar Tasks machen. Ja, die sind natürlich auch nach nebenbei erforderlich. Der Imposter hat im Grunde auch alle Fähigkeiten, die die normalen Crewmates auch haben. Das heißt, hier alle Fähigkeiten, die ihr links seht. Mit der ein... Mann, oh. Wuhu, geht voll ab, ey, Dancefloor, yeah! Wer hat die meisten Likes? Ich, Gambo, warum reportest du einfach? Hey, warte mal, die hab ich grad noch gesehen! Da stand gerade keine Leichen gefunden. Woher weiß dann Gambo, dass sie tot ist? Woher weiß Gambo das? Weil sie neben mir verbrannt ist, als ich in der Task war. Aber du hast ja nicht reportet, du hast den Knopf gebrückt. Ja, weil das nicht geht. Ja, die Leute verbrennen, man kann die nicht reporten dann. Lisa, du warst doch grad in den Admin, oder? Ja, das muss doch sein. Ich? Nee, ich wollte grad in den Admin reingehen. Lisa? Nein, man kann als Imposter ja hacken. Das heißt, du kannst Leute über die ganze Map töten. Du musst nicht in der nebenstehen. Echt jetzt? Ja, ja. Aber kann man schon so viele Likes haben? Ach, du musst ja nicht in der nebenstehen? Nö, du kannst stehen, wo du willst. Leute, viel wichtiger. Viel, viel wichtiger, als dass da jetzt ihr Diener draufgegangen ist. Wie viele Likes habt ihr, ha? Ich weiß nicht, aber... Oh, lass mal ein Like auf das Video da auf jeden Fall! Aber ich hab nicht viele tatsächlich, Leute. Ich hab 150 oder so. Nö, ich weiß nix, ey. Also, keine Ahnung, wer es ist. Wisst ihr, wie viele Likes man für ein Hack braucht? Alle. Viele auf jeden Fall. So, weiter geht's. Ich muss doch TikToks hochladen, Leute. Was ist denn hier los? Mach mal meine TikToks hier. Ich muss tanzen. Kann man die jetzt schon haben? Would you know about rolling? Also, es muss auf jeden Fall jemand sein, der extrem auf die Likes gegeiert ist sofort. More energy. More fo... Joke. Wir achten jetzt mal auf Likes. Wer sehr, sehr wenig Likes hat, der ist auf jeden Fall sass. Weil es kostet halt... Fabo hat null. Fabo und wer war das hier links? Fabi. Fabi und Fabo. Dass die so extrem wenig haben, ist schon sass, ey. Okay, wir sammeln mal. Jetzt können wir ein Duett machen. Du hättest die erste Fähigkeit. Ich kann die jetzt ja mal machen, damit ihr die einfach mal seht. Wenn ich da drücke, bleibt quasi mein Charakter da so normal liegen und ich kann mich aber hier bewegen. Das kannst du natürlich krasser als ein Poster auch benutzen. Kannst aber dich auch so retten aus einer bremsligen Situation. Und jetzt können wir hier weiter tanzen. Aber gleich sind wir wieder sichtbar. In sechs, fünf... Yo! Logo ist viral gegangen. Jetzt können wir die ganzen Likes einsammeln. So, ich glaube ja, dass es Fabo ist. Das heißt, wir gehen jetzt hier mal low. Zack. Und jetzt haben wir Candys Batterie leer gemacht. Eigentlich wollte ich es bei Fabo machen, aber ich Idiot habe es jetzt irgendwie bei Candy gemacht. Und Candy ist jetzt langsam. Seht ihr das? Weil es an der Batterie leer ist, läuft er so langsam. Hä, was macht Fabo das? Der ist verwirrt. Hey, da lagen Likes auf dem Boden. Habt ihr die gesehen? So, wir drücken mal. Ich glaube, Fabo ist es, ne? Der hat das unklug mit den Likes gemacht, denke ich. So, lass mal hier lang. Okay, wir können ein Selfie machen. Damit können wir Leute stun. Hm. Soll ich das mal mit Fabi machen? Soll ich mal Fabi-Stun? Aber die bewegen sich. Das Logo tanzt einfach durch. Hä? Running Man. Was macht Running Man? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich mache das mal. Yo, dann spritten wir anders ab. Keiner macht die Aufgaben vor allem. Wartet mal, ist das nicht ein Problem irgendwie? Ich mache hier nur die ganzen TikTok-Moves. Okay, machen wir ganz kurz hier. Es gibt noch einen zweiten Dance-Raum übrigens. Hier tanzt Gambo ganz allein. Okay, das war ein bisschen Likes. Ich habe voll wenige nur. Da war gerade was. Was war das? Oh, oh. Hier hoch, hier hoch, hier hoch. Und 8, 9, 2, 0, 2. Bam. Ich glaube, also ich weiß, dass der Impostor auf jeden Fall hacken kann. Ich bin mir aber... Es ist etwas absolut Grauenhaftes passiert. Ich stehe die ganze Zeit in diesem Tanzraum und tanze mir die Seele aus dem Leib. Candy kommt runter, fängt an zu flossen. Geht in Flammen auf. Das Ding ist, das Logo hat irgendwie 27.000 Likes schon. Siehst du, das ist der Beweis, dass ich es nicht sein kann. Denn ich habe so viele Punkte. Ich bin so viral. Ich habe so viele Takis. Ich habe was beobachtet halt. Ich habe darauf geachtet, wer wie viele Likes hat, als die Runde neu gestartet hat. Und da sind mir zwei mit sehr, sehr wenigen Likes besonders aufgefallen. Das war einmal Fabo mit 0 und Fabi mit 100. Was dafür spricht, dass sie die sehr teure Impostor-Hacker-Fähigkeit benutzt haben können. Ich habe die ganze Zeit 300, ich mache nur Tasks. Aber das Ding ist, ich glaube, Fabo war wirklich nicht im Tanzraum, als wir am Anfang da waren. Deswegen kann er ja keine Likes aus. Ich denke, Fabo hat auch bis jetzt die TikTok-Mod nicht verstanden. Dann kann es ja nur Fabi sein, weil der war am Anfang am Tanz. Er war öfters im Raum, wenn der wenig Punkte hat. Oh, für was hast du ausgegeben, Fabi? Ich habe ein Duett gemacht. Duett hast du gemacht. Ich habe mein Duett unten rechts gemacht. Unten rechts? Unten rechts? Ja, unten rechts. Das war's wieder mit deinen ganzen Likes. Wäre ich? Ja, okay. Also am Anfang hatte ich auch 150, weil ich nicht aufs Tanzen gegangen bin. Gerade eben hatte ich gut was gespart. Da habe ich ein Selfie gemacht und habe irgendwie verrafft, in die richtige Richtung zu gucken. Lüge, Lüge. Gambo nutzt eine Reichweite, um Pyramidensysteme aufzubauen. So ist das schlecht. Und dann habe ich ein Duett gemacht und bin in Admin rein und habe dabei zugeguckt, wie da jemand einen Code eingezimmt hat. Ob das da alles auch rechtens passiert. Ja, eben mit dem Code eingegeben. So alleine abdänzen. Und wieder falsch eingegeben. Das stimmt. Gambo war da unten rechts allein unterwegs. Ich habe dich nicht gewartet. Ja, Fabo hat 300. Aber es könnte wirklich sein, dass der einfach nicht ein einziges Mal... Ich gehe unten rechts hin. Ich will hier alleine für mich sein. Ich will mal die ganzen Fähigkeiten benutzen. Running Man hatten wir, Batterie Low hatten wir. Selfie haben wir noch gar nicht... Oh, die liegen Likes auf dem Boden. Schmeckt, Alter. Das war noch... Ah, hier haben wir sogar eine Aufgabe. Kann ich tanzen und eine Aufgabe gleichzeitig machen? Aber ich tanze hier so auf Secret im toten Winkel, Alter. So, wir danzen ein bisschen. Kriegen dick Likes. Jetzt haben wir Duettfähigkeit. Die wollen wir nicht. Selfie-Fähigkeit kann man Leute stunnen. Hier ist aber gerade keiner. Ich will mal viral gehen. Aber warte mal, wir sollten vielleicht zu Logo gehen. Logo hat so viele Likes. Ja, da ist Lisa. Der kann vielleicht viral gehen. Und da können wir uns vielleicht ein bisschen abstauben. Ein bisschen ein paar Likes abstauben von seinem Fame. Gehen wir hier lang. Ja, Flauschi, Gambo. Junge, die tanzt. Der hat 10 Tau. Hier liegen welche. Aber die liegen out of the map, ey. Soll ich die mal beide stunnen? Hä, aber Gambo? Gambo hat Selfie gemacht. Äh, Duett war das Duett. Habt ihr gesehen? Das war nur so ein Fake von ihm. Warum sollte man das jetzt so random machen? Macht ja alles gar keinen Sinn, oder? Na gut, generell spielen wir hier eine TikTok-Mod. Ich meine, ob das jetzt alles überhaupt so viel Sinn macht, sei es wirklich auch mal dahingestellt. Das ist natürlich ein ganz anderes Spiel. Das ist hier kein normales Among Us, ne? Ist klar. Yo, Fabi, Alter. Er ist anders am Dancen. Running better making, ey. Ich will viral gehen. Ich will aber auch Aufgaben machen. Das Ding ist, Logo macht ja keine Aufgaben in der Non-Stop-Dance. Kann das sein? Da sind Likes. Gib mir die Likes. Einer geht viral. Das muss ja Logo sein. Schnell zur Logo. Ich will die Likes einsammeln. Aber ich glaube, die wurden schon. Hey, da ist, glaube ich, keiner in dem Raum. Nur Logo. Nee, Mann. Wirklich die Geier an sich hier. Der hat 16.000. Der muss doch mal gekillt werden. Aber ein Imposter, klar. Der kann zwar hacken. Das heißt, der kann Leute durch die Map killen. Aber der hat es natürlich schon schwer, ne? Da habe ich sehr wenig Likes. Okay. Oh, hier ist... Oh, ein dicker Haufen sogar. Yo, 1.000 mit einmal. Oh, nee. Ich sprinte mit Running Man, glaube ich, hin, oder? Ja, let's go. Oh, ho, 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 ho. Ja, Mann. So bin ich schnell unterwegs. Schön mit Running Man hierhin sprinten. Moisen. Geil. Ich war einfach der Erste da. Gut, gut, gut. Lass mal in die Kamera. Nee, viral. Warte, wie lange hält dieses Running Man? Das ist ja illegal. Oh, es hat aufgehört und ich kriege keine Likes hier ab. Alle am Geiern. Hier, Junge, ist das krank. Wo ist Selina? Ist sie schon tot? Ich dance mal. Warum dance ich so, hä? Die dance sind viel cooler. Oh nein, das wird gleich jemand verbrannt hier, glaube ich. Wer fehlt denn hier? Er kämpft vor der Kamera. Er hat 21.000. Okay, sobald die aufhören zu tanzen, machen die Duett, ne? Da muss man ein bisschen drauf achten. Okay, wir gehen mal weiter. Hier oben die Aufgaben. Oh nee, immer wenn ich weggehe, geht der viral, ne? So, jetzt gehen wir mal hier. Ah, noch eine zweite Task. Oh, warte. Ja, da sind wir direkt da. Gar kein Problem. Ich bin aber nicht einmal vom Handy hochgeguckt in der ganzen Aufnahme. Also, ist das jetzt mal aufgefallen? Immer schön aufs Handy gucken, ey. Hä? Könnt ihr mal das andere machen, Leute? 16 Sekunden. 15. 14. Hä? Junge, warum steht sie da? Ja, moin, ey. Ja, ich muss beide machen. Ich setze ja solche Arsch. 1, 0, 2, 8, 0. Ja, Alter, ich hab uns so, ich hab uns so den Arsch gerettet. Ich war grad sagen, ich bin da runtergekommen, Junge. Ich dachte, ich hab... Irgendwer ist uns aber da entgegengekommen. Ich dachte, da ist jemand hinten. Ich hab beide O2s gemacht. Ja, bei dem oben war ich mit dir. Ja, Gabo, hast du was gesehen, Flauschi, irgendwie? Ja, der ist unten verbraten, direkt hinter mir. Ich kann die Map nicht öffnen, aber unten rechts vor dem Dance Room. Ja, ja gut. Ja, aber der Hacker kann ja von überall killen. Das bringt ja nichts. 15, 10 Sekunden. Ich hab 24.000 Likes. Ich hab mich nicht einmal aus diesem Raum bewegt. Ja, einmal ein Selfie gemacht. Deswegen, es kann ja sein, dass du kurz jemandem so ein Lob... Ja, aber der Kill kostet schon viel. Wie viel denn? Weiß ich nicht genau. Ihr könnt euch doch gegenseitig safen, Logo. Ist bei Fabo die Like-Anzahl irgendwie mal runtergegangen? Nein, der hat mich sogar fast eingeholt. Eingeholt? Wie geht das denn, Logo? Ach, weil du immer viral gehst. Ne, Logo ist auch viel zu oft viral gegangen. Das haut alles nicht hin. Nein, 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 ich bin erst einmal viral gegangen. Vorhin hat jemand im Raum nochmal viral ausgesucht. Ich bin viral gegangen. Ah, ja, da haben wir alle Likes von ihm eingesammelt. Ja, aber da gibt mir das... Hä, aber da gibt mir das Flauschi-Vibes ja alles. Nein, ich bin am Task. Ich hab Task gemacht und seitdem war ich tanzen. Ich hab halt geguckt. Aber Fabo ist ja jetzt safe, laut Logo. Ja. Fabi ist auch viral gegangen. Hat auch den Floss-Dance gemacht. Der kann gar nicht so viel Likes... Nein, oder Fabo hat halt... Floss macht man da nur, wenn man verbrennt, dachte ich. Oder... Hä? Ne, ich mein diesen... Ja, oder Fabo hat halt gleich verloren, aber durch meinen Wildöl wieder eingesammelt. Oder mit Logos. Nein, die Flauschi-Theorie macht schon Sinn. Aber ich bin's nicht. Du bist so invested in dem Spiel. Ich hab einen Skipper gemacht. Ich hab Fabo gewotet. Dann hab ich Flauschi gewotet. Ich weiß nicht, ob Flauschi richtig war. Ne. Ja, ist Quatsch. Quatsch mit Soße ist das. Naja, jetzt haben wir tatsächlich Stress, ey. Jetzt haben wir Stress. Und zwar haben wir Dickstress. Fabo ist ja safe. Logo könnte es sein. Weil er meinte so eingeholt. Aber er ist natürlich auch... Denn Fabo hat keinen... Also, es könnte... Ich denk, es ist Fabi. Weil Logo und Fabo safen sich zu sehr gegenseitig. Ich denk, es ist Fabi. Weil der hat ja so gesehen auch kein Alibi. Ich bin der Einzige, der ein Alibi eigentlich hat. Mikrofon activated. Ah, danke. Also, ich glaube... Also, ich hab ja O2 in der letzten Sekunde gemacht. Ich bin ja eh safe. Und Fabo ist auch safe, weil ihn Logo savent. Und... Naja, okay, das Ding ist, Fabo wär's wahrscheinlich nicht aufgefallen, wenn Logo... Aber da müsste Logo schon wirklich diese... Also, ich... Diesen Übermove bringen, dass er während Fabo neben ihm steht einfach Sachen ausgibt und Leute killt. Also, ich weiß nicht, ob Fabo das... Was kostet denn ein Kill? Also, wenn das jetzt... Na, Fabi, ich glaub, du kannst das ganz genau sagen, weil du hast unten rechts den Button. Ich hab den... Ach... Ja. Ich hab wahrscheinlich in einer Runde viral gemacht, in einer Runde dieses Flossman-Ding und dann noch einen Kill gemacht. Ich hab einfach 15.000 in einer Runde... Naja, das Ding ist, Fabo und ich sind ja anschein safe. Und Logo... Aber wieso ist... Also, ich weiß nicht, entweder bist du's oder Fabi. Nicht damit Fabo eigentlich... Hä, ich hab in der letzten Sekunde O2 gerettet. Wenn ich das nicht gemacht hätte, der hätte ja einfach gewonnen, wenn ich im Post gewesen wäre. Aber das ist natürlich auch ein heftiges Alibi, was man... Ja, warum sollte man den sicheren Sieg gegen den Alibi eintauschen? Weil das Video sonst zu kurz wäre. Ja. Da geb ich ihm recht. Ich hab meine Entscheidung gefällt. Also, für mich ist... Ich hab mir dieses Jahr vorgenommen, meinen Instinkten zu vertrauen und ich vertraue meinen Instinkten. Warte mal, Fabo, wen hast du gewartet? Skipp, 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 logo. Okay. Nee, aber das war auch ein bisschen... Aber entweder ist es Fabi oder es ist Ben, der jetzt will, dass wir jemanden falsch rausbauen, damit er... Ich hab doch das Bombenalibi! Dann ist es nicht... Für dich. Es ist Ben. Hä? Ich kann nicht mehr. Mach mal dein Task-Logo. Fabi, kill bitte, Fabo. Hä? Wieso? Das Problem ist, ich kann nicht mehr drücken, oder? Ich hab doch grad gedrückt. Oder kann ich noch mal drücken? Nee, geht nicht. Scheiße. Jetzt haben wir Probleme verlieren jetzt. Oh nein. Ich hab doch gesagt, es ist Fabi. Es war doch offensichtlich auch. Man muss halt... Ja, ich hab doch gesagt, es ist Fabi. Fabi, meine Güte, ey. Imposte. Ja, Fabi hat natürlich den Vorteil der ersten Runde. Da haben die jetzt das Hack für 2000. Da haben die Leute, das hat natürlich noch nicht so alle gerafft und so. Aber ja, er war hier, Wettbeer war richtig cool. Da haben die Leute natürlich die Mod jetzt noch nicht so alle gerafft. Aber jetzt haben die das natürlich alle gecheckt. Und da haben wir jetzt wirklich ein Problemamente auch, ne? Ja, ich darf es halt jetzt nicht ausgeben, ne? Ja, das ist schon tatsächlich gar nicht so leicht. Jetzt, wo die Leute das gecheckt haben, ist es gar nicht so leicht, einen Kill zu machen. Weil ich muss ja jetzt hier erstmal abdancen. So. Ja. Ich mach, glaube ich, Running Man. Einfach mir ein Alibi zu geben. Ob ich da mit Fabi denkt, dass ich da wirklich keinen Mord machen will. Und jetzt gehen wir hier hin und dancen hier weiter. Okay. Lisa macht da irgendwas. Lisa! Oh, leichter für mich. Eine Person weg. So, und sobald wir jetzt 2000 haben, mache ich Reaktor. Und während ich Reaktor mache, knall ich da jemanden weg. Aber, oh, nee, kann ich ja nicht. Da sieht man das ja anhand meiner Likes. Das ist tatsächlich eine zürige Nummer, ne? Ja, das ist halt hier alle... Ey, das ist tatsächlich voll schwer, weil die werden jetzt so krass auf die Likes geiern. Wie mache ich denn das jetzt? Hm. Fabi kennt sich so gut aus, glaube ich. Ich muss, glaube ich, Fabi weghauen. Der hat zu viel Erfahrung jetzt. Welche Farbe war Fabi? Scheiße, ey. So, jetzt geht Fabi in Flammen auf. Wir dancen ein bisschen. Bis wir so 1200 haben. Mach mal so. Zack. Okay, und jetzt machen wir Aufgaben. Die Frage ist, wo war er? Gehen wir mal die Camps. Vielleicht sehen wir da ja was. Er ist wahrscheinlich im Raum gewesen, oder? Im TikTok-Raum. Hier. Geh mal hin. Könnt auch da wenden. Hey, sie merkt da, als müsste eigentlich so ein Aschehaufen jetzt da liegen, oder? Da verschwindet er komplett. Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall ist er weg, ey. Solange keiner ein Meeting macht, juckt mich das natürlich auch nicht. Kann ich ihn, wenn ich jetzt einfach Gambo wegklatsche, neben mir und... Okay. Mikrofon activated. Habe eine Asche entdeckt. Hä? Lisa ist rausgeflogen. Die Asche in Electrical liegt da schon die ganze Zeit. Ja, ja. Das hat dich nicht berührt irgendwie. Nein, ich bin zu tief im Tunnel. Ich muss Aufgaben machen. Du musst Takis essen für TikToks. Nein, letzte Runde ging es um die Likes. Diesmal bin ich ein produktiver Teil der Gesellschaft. Ich werde alle meine Aufgaben fertigstellen. Ich werde kein Instagram-TikTok-Fame mehr als Karriere bevorzugen. Nein, ich möchte einer ordentlichen Arbeit nachgehen. Okay. Hat irgendwer an den Likes irgendwer was gesehen? Irgendwie hatte wer wenig? Ich habe null Likes und bin nur am Arbeiten. Ja, ich auch. Ich habe nur auf 2000 gestackt, habe mir ein Duett gezogen und bin jetzt wieder auf 100 geknallt. Aber warum einfach so random Duett? Nee, also wenn irgendwie Reactor oder sowas ist, dann duette ich rein und gehe unsichtbar halt einfach mal in die andere Richtung, ob ich da irgendetwas sehe. Ja, 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 so nennt man das. Aber das könnte jetzt natürlich auch eine Aufgeteinung sein. Naja, was halt Duett halt, also ich glaube, ich verstehe Duett. Ihr seid im Dance-Room, dann duettet ihr, dann denkt die andere Person, nee, warte mal. Nee, man duettet außerhalb des Dance-Rooms, geht dann unsichtbar in den Dance-Room rein und guckt, ob irgendwo wer Likes ausgibt für einen Kill. Das ist halt dieses Duett-Ding, ne? Du kannst halt unsichtbar Leute beobachten, ob sie Likes ausgeben. Und für was? Und wenn dann jemand da einen Kill kauft, das ist schon big. Weiß man jetzt, also ist jetzt bekannt, wie teuer so ein Kill ist? Ja, das hat ja Fabi sagen können, aber der ist ja weg. 2000 Likes, Bruder. Keine Ahnung. Na gut, aber du siehst ja trotzdem, du siehst ja alle Fähigkeiten. Ja, stimmt. Also es spielt im Grunde keine Rolle. Hast du wohl recht, Benjamin. Warum sagst du das so? Ja, einfach, weil du recht hast. Gambo hat nur 250, Fabo hat 0, Digga, die sind so sass alle. Als ob jetzt alle unten rechts hingehen, hä? Meint ihr, die checken das, wenn ich einfach wie ein Demlack einfach vor dem die Fähigkeit mache? Das ist so doof, Alter, eigentlich. Ich würde gerne Low-Batterie machen. Hä, wieso kann ich nicht Low-Batterie machen? Ich müsste eigentlich genug haben. Ah, dann kann ich das als Dings nicht. Die Fähigkeit. Kann ich da nur als Crew mit? Warte, ich gehe viral. Ich gehe mal viral filmen, meine Jungs hier. Ja, ich sammle die alle selbst ein. Ich sammle die selbst ein. Das ist ein Money-Glitch. Hier alle am Geiern sind. Junge, Likes. Na, warte, ich kill jetzt da einfach einen. Ah, guck mal. Also, ich habe alle meine Aufgaben erfüllt. Ich auch, ich bin nur noch am Tanzen. Ich auch, ich habe gerade letzte Aufgabe gemacht. Dann gehe ich jetzt auch gleich tanzen. Wer hat denn seine Aufgaben noch nicht fertig? Mir fehlen noch zwei. Ben? Bitte? Ja, ich habe nicht so viel gemacht. Mir fehlen noch ein paar. Aber ich bin gerade viral gegangen für Gambo und Fabo. Auf Ehre. Hä, wieso? Aber es ist ja auch niemand gestorben. Ich habe die ganze Zeit nicht getanzt. Ich habe ein Sass, aber ich sage es nicht. Ist euch das Display auch gerade zerbrochen? Bei mir ist das Display einfach zerbrochen. Bist du tot? Hä, da bist du tot. Da darfst du nicht mehr reden, glaube ich. Nein, aber er lebt ja noch. Aber ich lebe. Das heißt, mich hat jemand... Okay. Hm. Das heißt, ich habe eine einmalige Chance. Du bist Schrödingers tot. Sobald das Worting endet, bin ich tot, Leute. Okay. Das heißt, ich kann es ja schon mal nicht sein. Das heißt, es sind noch vier Leute. Hast du noch abschließende Worte, Logo? Aber warum skippen? Hä, wieso willst du unbedingt Logo töten? Wir verbringen jetzt noch die letzte Minute mit Logo. Das sind Logos letzte 50 Sekunden auf dieser TikTok. Logo, kriege ich deinen YouTube-Kanal. Ich will deinen TikTok-Channel mit den ganzen Likes. Ich habe da, weiß ich nicht, ein Video online. Und zwar das wird meiner Glatze. Ja, nehme ich. Ich nehme, weil ich kriege gar nichts. Egal. Okay, Gamow, das finde ich jetzt aber ein bisschen sassy, ne? Warum denn sass? Meine letzten 50 Sekunden, die willst du mir auch noch wegnehmen. Ja, tatsächlich schon. Ah, okay. Ja, das ist safe, Gamow. Er hat seine Aufgaben noch nicht erfüllt. Ja, ist nicht mehr so. Der Ben hat all seine Aufgaben noch nicht erfüllt. Nee, nee, nee. Ich habe welche gemacht. Das sind nie und nimmer alle meine. Mir fehlt noch zwei, denke ich. Gamow hat sich verändert, seit der TikTok-Star ist. Diese ganzen Likes haben Gamow wirklich verändert. Da ich gleich zu Asche werde, würde ich gerne... Ey, sehen wir das jetzt, wie er verbrennt? Das wäre cool. Ich kann auch nicht mehr voten. Es ist verbuggt. Ich kann nicht mehr voten. Na, das ist eh gleich. Naja, wir wollten eh Zeit mit dir verbringen. Ich gehe dann jetzt in den Himmel. Tschüss. Tschüssi. Ja, du warst uns Feier, Mann. Du hast alles gegeben. Ich gehe jetzt viral, Junge. Es wäre lustig gewesen, wenn wir Logo jetzt rausgevortet hätten vorher. Aber geht der jetzt in Flammen auf oder läuft der jetzt noch rum? Wie ist denn das? Ah, da ist die Asche. Das ist ja bitter, Alter. Okay, ich habe so Arsch wie eine Task-Odie. Also, habe ich ja nicht, aber so. Ja, ich kann hacken. Ich würde sagen, das machen wir auch. Ja, die stehen jetzt alle beieinander und tanzen, glaube ich. Das heißt, ich bin jetzt astronomical. 800 Sekunden Cooldown hat Viral. Ach, du Heilige. So, ich habe einen Plan, Leute. Warte, ich habe einen Plan. Let me gucke. So. Elina haben wir. Die hacken wir jetzt auch. So. Und jetzt machen wir noch den Running Man. Oh, man. So, jetzt muss aber hier jemand. Seid ihr irgendwie dumm? Oh, wie geht sowas denn? Och, Mann. Ich bin nach oben gerannt, aber da waren schon zwei. Hä, aber haben nicht noch. Ach so, ich gewinne ja, wenn es so noch zwei sind. Ah ja, GG. Na, meine kleine Muck-Muck-Maus. Das Ding ist, Leute, am Anfang dachte ich so, ja, ist ein bisschen Spaß und dann normales für morgen hast. Aber nein, nein, nein. Es ist eine ganz neue Spielerfahrung, denn ... Ey, ich habe keine Ahnung. Ah, denn man muss auf die Likes sehr, sehr achten. Man macht sich jetzt sass über die Likes. Du kannst halt schon sehr genau gucken, ob jemand ... Also, man muss halt auf die Likes achten, ne? 2.000 kostet das, wenn der sonst nicht große Fähigkeiten gemacht hat. Ja, jetzt habe ich auch mal den coolen Tanz, äh, nicht den luschen Tanz. Ich gehe mal auf 2.000 hoch. Eigentlich müsste man direkt auf viral gehen, ne? Damit man viral gehen kann, sich noch selbst noch höher stacken kann. Aber was jetzt die andere ... Okay, du kannst halt mit ... Ich glaube tatsächlich, Duett ist am stärksten. Running Man ist halt geil, um irgendwo hinzulaufen. Und Duett ist halt geil, um Leute unsichtbar zu beobachten. Sehr 2.5. Jetzt muss ich mir nicht die Farben, sondern die Zahlen merken. Wie soll das denn gehen? 2.1 hat Gambo. Okay. Das heißt, die haben beide genug, um zu killen. Ah, die Task habe ich auch. Die mache ich auch mal. Hä, Gambo stellt sich an Simon Says. Ähm, Fabi? Der stand da viel zu lange dran. Hä? Ich gehe mal unten tanzen. Ich war viel zu sehr in dem Raum. Eigentlich war ich gefühlt mehr in dem unteren Raum. Nicht tanzen hier. Logo ist wieder am Tanzen da. Geh mal Virallogo. Nee, der geht extra weg, um viral zu gehen, damit er selbst alles ... Ich wusste es. Ich wusste es. Er ist extra weggegangen, damit er selbst alles einsammeln kann. Ich wusste es, Logo. Ben hat alle meine Likes gestohlen. Alle meine Likes. Das war mein viraler TikTok, den ich oben haben wollte. Ey, ich habe das so gecheckt. Logo hatte so voll viele Likes. Und ich wusste so, dass er gleich viral geht. Und ich habe letzte Runde gecheckt, dass man das auch selbst einsammeln kann. Und sich damit übelst boosten kann. Und er geht so raus. Und ich wusste, er geht jetzt extra aus dem Dance-Raum raus, um viral zu gehen, damit er selbst alles einsammeln kann. Und ich bin hinterher und habe ihn alles geklaut. Das ist respektlos. Ja, aber sonst ist ja nichts passiert. Frechheit. Ich habe Logo einfach überholt. Aber ich gehe jetzt viral. Guck mal, ich gehe jetzt viral-Logo und du darfst einsammeln. Yes. Das ist ja auch nur fair. Ja. Okay, jetzt die Likes merken von allen. Auf wichtiger Basis. Abo 0. Okay, ich habe Arschschwür. Kommt jetzt Logo? Ey, Gambo will auch. Der ist Likes. Junge. Ey, hau ab, Gambo. Du willst mir nur die Likes klauen. Ja, wenn ich jetzt viral gehe, ist der voll für den Arsch. Tigger, Gambo. Okay, ich mache einfach hier, egal. Hä? Logo ist gekillt worden, der Arme. Okay, irgend. Ah, Gambo, taust du rein. Ciao, ciao, Kollege. Okay, Gambo wurde gekillt. Hä, sag mal. Lisa hat da gerade gar nichts gesagt, oder? War Lisa gerade dabei? Lisa spielt doch mit, oder? Ich meine, der Logo hat alles gegeben. Alles gegeben für die Likes, ey. Und am Ende ist er verbrannt. Na, das muss ja einer sein, der jetzt... Äh, Gambo, oder? Gambo oder Logo ist verbrannt? Ich glaube, Logo, oder? Logo ist verbrannt, während Dr. Banks viral ging. Also, es ist Ben, glaube ich, nicht. Ah, nein. Ja, true. Nein, der ist doch gequittet. Gambo ist rausgeflogen und Logo ist verbrannt. So, Logo ist verbrannt. Ja, Logo weiß ich auch, wo da verbrannt ist. Ja, ja, direkt neben mir. Ja. Und dann reportest du nicht? Geht doch nicht. Nee, ich hätte Meeting machen können, aber, boah, ich dachte mir, passt schon. Passt schon, dann gehst du seelenruhig wohin? Ähm, ich bin jetzt Warehouse. Aber wie Fabo schon sagt, ich bin halt quasi während Logo verbrannt ist, viral gegangen. Also, wie viele Likes soll ich denn gehabt haben? Wie viele Likes Ben hatte vorm Viralgehen? Habe ich nicht drauf geachtet. Auch nicht. Lisa, wie steht's denn bei dir? Warte mal, Ben. Ich steh grad mit Fabo in Mad Bay und wir machen Dancen. Ja. Wir machen Dancen. Und ich hab so die Hälfte der Tasks. Viral gegangen sein und deine Likes wieder eingesammelt haben, weil du Logo gekillt hast. Ja, das wäre tatsächlich ein Boss-Move gewesen, aber hab ich nicht gemacht, nee. Oder Viral gegangen sein, danach Logo gekillt. Um es zu verschleiern, ja, das wäre tatsächlich klug gewesen. Habt mein Wort. Hey, Jäger, beruhigt euch mal alle. Also, zwei hast du. Ich war es halt, nee, Lisa. Lisa, du ... Ah, okay, alles gut. Du was, Digga, was? Nimm dich zurück. Du nettes Mädchen. Mädchen? Du alte Dame. Likes, dicker Like kaufen. Eingetütet. Ich hab mal Bock, unsichtbar was zu erwischen. Aber das Timing ist halt krank, ne? Du bist halt nicht so lange unsichtbar. Und in dem Moment halt jemanden zu checken, wie er da was ausgibt, da brauchst du schon ein sehr glückliches Timing, sag ich. Wo, 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 wo? Wo, wo, wo? Schade. Alle haben geiert, Alter. Ah, hier ist jemand viral gegangen, aber der ganze Kram liegt außerhalb. Okay, Elina hat halt kräftig gegen mich geshootet. Und Fabi auch. Und Fabi hat auch wenig Punkte, als die Runde losging. 2-5. Okay, er könnte einen Kill machen. Hä? Ach, er verbrennt. Oh nein. Ja, ist natürlich übel. Dass die Leute verbrennen, dauert neben mir, aber es ist halt Zufall. Hä, Fabi hat 1000. Hauert 1000. Ja, ich drück schon. Hä, yo! Alter, Lisa. Was? Du bist da rumgedanced, rumgespeedet. Ja, klar. Okay, warte mal, oh, oh. Also, Ben, ich hab jetzt nicht gesehen, also, vor dir ist ja grad Fabi vorbei. Ja, 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 ja. Ich weiß nicht, ob Lisa jetzt so wenig Likes hat, weil sie grad ihn angezündet hat. Nee, sie hat diesen Tanz gemacht, der kostet extrem viel. Es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Perfekt. Weil ich bin's ja nicht. Also, entweder... Warum bist du nicht? Eigentlich kann's Lisa nicht. Also, Lisa müsste ja arsch viele Punkte gehabt haben, damit sie den Kill und den Tanz machen kann. Auf der anderen Seite ist das der gleiche Move, den ich auch als Imposter gemacht hab, um zu verschleiern, dass man Punkte ausgegeben hat. Ich hab leider nicht gesehen, wie viele Likes du hattest, als er neben dir angezündet wurde. 3,5 oder 3,6 oder so. Ja, ich hab nicht glaub geachtet. Aber du hattest nur 1.000, du hattest halt schon wenig. Ja, weil ich hab mich unsichtbar gemacht und bin auch mit diesem Speed rumgelaufen, um zu gucken. Boah, da ist das aber komischer Call-RV, aber. Ich vote Lisa, für mich ist es Lisa, weil du's irgendwie nicht bist. Okay. Wieso haben wir dieses Szenario eigentlich so oft, dass sich zwei gegenseitig voten und der eine muss dann? Also, ihr müsst ja auf jeden Fall eine Entscheidung jetzt her, ne? Das ist klar. Weil sonst wird Insta-Kill mit den Likes gemacht und das war's. Fabo hatte wenig Likes. Also, ich muss ja Fabo. Ja, du musst ja, oder mich halt, aber. Fabo hatte 1.000 Likes. Aber dass du dich unsichtbar machst und dann rumdance, ist schon ... Ja, damit ... Nein, unsichtbar und halt diesen Running Man. Ja, ja, ich weiß nicht, aber das ist schon ein Call. Zwei Fähigkeiten hab ich noch nie gemacht. Hä? Ja, okay. Aber Lisa könnte auch die Verschleierungstaktik gemacht haben. Ja. Weil warum hast du so random ... Das ist ja random. Warum wolltest du random schnell rumrennen? Ich? Nee, Lisa, Lisa. Ich wollte gerade in Bad Bay reinrennen, damit ich da rumtanzen kann. Weil ich fühl mich unten rechts immer so einsam beim Tanzen. Tut mir leid, aber ich musste irgendeine Entscheidung treffen. Und das ist der gleiche Move ... Du glaubst mir nie. Es ist der gleiche Move, den ich gemacht hab halt. Warum bist du denn so klug? Ich dachte, ich bin besonders schlau jetzt. Nein, ich bin auf die gleiche Idee gekommen. Scheiße. Das war's mit Among Us mit der TikTok-Mod. Ich hoffe sehr, euch hat's gefallen. Lasst mir mal eine positive Bewertung da. Abonniert den Kanal kostenlos. Und dann sehen wir uns morgen. Haut rein, euer Benson. Ciao. Bis zum nächsten Mal.